so hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video das hier ist es ist klein wir starten direkt rein das sind wir sieht man ja am schwert links klick ist schlag rechtsklick ist schildschlag oben links ist scheinbar eine ausdauer fantastisch ein ausdauerbalken und hier ist der nicht gegner npc mit grünen augen talk alter mann hier sind nicht so viele was führt uns her das weiß ich nicht so richtig das hier ist der adventure jam 20 21 und das hier ist einer der teilnehmer guck mich nicht so böse an hast du mich nicht verstanden oder hat es keinen sinn ja wir können gerne reden ich was ich weiß ich weiß wie es geht habe ich schon herausgefunden ja das train spießt mann lisa mann ok er sagt die wahrheit er schwört ok er hat die ganz gestohlen fuchs du hast die ganz gestohlen gib sie wieder her ach so und die shotgun ich brauche die shotgun nicht aber diana soll zurückkommen alles klar los jetzt kann ich mach das ich mach das lizard man i'm coming dark creatures be lurking about even whispers of the devil himself da bin ich mal gespannt mensch yes diana nimm dies attrappen ding und das bämm na gut da sehe ich schon ein wildschwein es sieht mich auch und los bamm yeah bamm haha easy ein wildschwein den wir vielleicht aus dem weg gehen können nein naja gut na was machst du jetzt was machst du jetzt verwirrungstanz 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 oh bamm oh nein 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 stopp moment du bist nicht im takt ich auch nicht was denn jetzt ich kann nicht schlagen ich habe kein leben mehr ich kann nicht schlagen jetzt das war hart okay die herzen sind jetzt nicht mehr so richtig rot okay los verwirrungstanz ey warum hat das bei dem ersten so gut geklappt ach so man muss einfach schon bevor das da ist klicken und in den schwung des schwertes reinlaufen lassen guckt also in der theorie war mit es zu spät zu spät wartet halt moment jetzt hört aber mal auf sie klappt tatsächlich okay hier ist es was ist das nichts das ist das erste erst gesehene schwein das ist jetzt weg alle schweine weg lizard man ist nicht da okay das spiel ist leider schon vorbei gab keine zeit um den lizard man her zu bringen schade das was ich sehe ist ganz lustig danke tschüss